Die Wahrheit kommt und das ist der Tod. Wenn er kommt und dich anfasst und deine Seele rauskommt und die gezogen wird, entzogen wird und entnommen wird, du kannst nichts machen. Egal wie stark, wie breit du bist, egal was du für ein Bär bist, egal ob die ganze Welt vor dir Angst hat oder nicht, Malak al-Maut kommt, Wallahi, der zieht dir die Seele raus, du kannst dich nicht bewegen. Zeig mir. Zeig mir deine Kraft. Zeig mir deine Macht. Hol mir deine Leute. Zeig mir wer du bist. Wehr dich gegen den Tod. Denk an diesen Moment und du wirst Angst vor Allah. Das ist das, diese Wahrheit, vor der versuchen wir alle wegzurennen. Wir alle rennen davon weg. Versuchen, aber sie kommt. Egal wo ihr seid, der Tod wird euch erreichen. Gedenke an den Tod. Denk daran. Gedenke ihn oft. Nimm den Ratschlag an von dem Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Und die Angst vor Allah, sallallahu alaihi wa sallam, dann steigen wir den Lehtan.